Herzlich Willkommen zu mir auf meinem Kanal Einfach Janusz und so weiter im Fortnite Video. Viel Spass! So und damit herzlich willkommen in Fortnite. Die wichtige Frage zuerst, wo landen wir? Ich habe keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal sagen wir landen da. Wieder mal Fortnite. Das letzte Video kam mir extrem gut an und Fortnite macht ja Spass, so einigermaßen, wenn es gut läuft. Und dementsprechend können wir ja auch ein bisschen weiterspielen. Mehr gegen als in meinem kompletten Leben hier gesehen. Gut, können wir wieder ein bisschen spielen Fortnite. So, jetzt müssen wir hier irgendwo reinkommen. So, wir haben schon mal eine gute Waffe. Einigermassen okaye Waffe. Egal, das ist ja das True im Paradies. Ach, hier kann man ja nicht bauen, stimmt. Machen wir auch mal auf. War alles so laut irgendwie. Wir nehmen hier den Biggie. Bauen da Footsteps. Oder glaube ich erst mal ausreichend. Bam. gehört ausreichend. Shield Grail Teller. Ja, wo ist er eigentlich? der profi da mit der erste gang fall schon mal wir waren ist das game so laut digga eine ohren alles ist so laut die ja die sind so laut die dinge also ich hoffe es ist bei euch nicht so laut bei mir da platzen die ohren die gehabt ihr das gesehen hat bei mir gelät oder bei ihm ja bruder wahrscheinlich digga okay die wir gehen die nächste runde rein kein problem was ist die wichtige frage genau wo landen wir wo werden wir landen landen wir hier irgendwo wo es ein bisschen action gibt ich würde sagen da nein genau da weil es ist vorbei geflogen kann ein paar gegner gewesen sein und wir haben vielleicht noch ein bisschen action auch immer ganz ganz wichtig und er wird auch dahin ja gut dann würde ich mal sagen wieder schauen und reingehauen ist da die frage gehen wir hin was sind die gegner wollen wir viele fights oder wollen wir lieber auf safe spielen ich weiß es auch nicht ich fühle mich noch ein bisschen unwohl ich habe nicht bin ich voll gehealt baum digga ich bin's der johannes johannes aber wo habe ich das denn wo sind jetzt alle sachen was kann das heilige scheisse digga also die behalte ich digga also die behalte ich die behalte ich aber ganz klar gut erste fight haben wir erledigt dann würde ich doch sagen wir gehen ein bisschen weiter digga digga leck mich doch am arsch digga ich möchte auch ein bisschen snipen digga ja komm schießt ja komm ich piss mich digga zu viele gegner hier nein da bin mein kehl geschneckt digga Ich muss mich heilen, Degg, fach, ich muss mich ein bisschen healen, oh, du Noten-Zohn, Degg, oh, Degg, das war so eine gute Runde, Degg, ja, dann halt ab in die nächste Runde. Wichtige Frage, wo wir landen und ich würde sagen in Megacity, oh ja, Megacity, ich müssen mich hier ein bisschen nach unten sliden, Satsarapi, weil hier ist sicher richtig Action angesagt, gut, also Action sehe ich jetzt hier in dieser Stadt nicht so, finde ich ein bisschen schade, noch nie so eine langweilige Scheiß gesehen wie in dieser Insel, Degg, ja, was schießt da auf mich, Degg? Nicer Gangfight eigentlich. Bam, Degg, die beste Runde bis jetzt. Degg, was ist das jetzt für? Ich bin ein bisschen überfordert, also ich muss sagen, die Runde läuft bis jetzt verdammt gut, also vier Kills, wir sind sehr offensiv, das gefällt mir jetzt nicht so ganz, ähm, wir brauchen mehr Deckung, oder diese goldene Handschuhe da, mit dem Eis, das wäre noch nice, das hat sich sogar gereimt, Eis auf nice, perfekt Degg, wir kommen eben 2023. Und damit ich auch sage, ich hoffe, dass ihr mich sehr, sehr, sehr über Degg freuen und ciao! Euer Einfach Janosch, ciao!